Hallo, herzlich willkommen zu meinem Video. Heutzutage ist es schwierig mit Anschlüssen. iPad, auch Samsung-Tablets oder MacBooks haben oft nur ein oder zwei USB-C-Anschlüsse. Kein Anschluss für einen Monitor zum Beispiel und Co. Dann gibt es Dongles oder hier solche Adapter, da haben wir da ein HDMI dran und sowas. Oder hier in Aluminiumform, auch nicht besonders schick, oder? Und genau hier setzt das Produkt, was ich euch heute zeigen werde, einmal an. Das ist die Wobot Mini-Doc, eine Dockingstation, die viele Anschlüsse hat, viele Möglichkeiten bietet und auch richtig cool aussieht. Und das ist der große oder der kleine feine Unterschied, dass es halt nicht so ein hässliches Etwas ist. Das ist sie, die Wobot Mini-Doc. Ich finde ein echter Leckerbissen gegen sowas hier. Zum Beispiel das Gehäuse ist komplett durchsichtig. Wir haben hier Licht, was wir in den Einstellungen pulsieren lassen können oder auch durchlaufen können, was ein bisschen unruhiger ist. Also das können wir direkt anpassen. Auch anpassen können wir. Wir haben hier auf der Seite die Uhrzeit und das auch das Datum. Wir haben jetzt Dienstag, leider in Englisch. Und auf der rechten Seite haben wir ein vollwertiges Display. Das zeige ich euch auch gleich noch. Aber wir kommen jetzt erst mal zu den Funktionen einer solchen Dock. Natürlich haben wir hier die Möglichkeit, einen Monitor anzuschließen. Das ist für mich die wichtigste Funktion, damit ich dann hier mein Tablet, Laptop oder ähnliches direkt an den Rechner anschließen kann. Auch wenn der Laptop natürlich keinen entsprechenden Anschluss hat. Dann habe ich hier einen Netzwerkadapter, einen Netzwerkanschluss, ein Gigabit Ethernet-Port ist das, sowie drei USB-C-Ports. Hier haben wir einen, auf dieser Seite haben wir nochmal zwei und einen USB-A-Anschluss. Und auch das ist ein 3.1, wenn ich mich nicht irre. Also Minimum 3.0. Der hat hier auch Ausgangsleistung von 1,5 Ampere. Und wenn wir bei der Ausgangsleistung sind, hier an der Seite haben wir den Hauptanschluss. So nenne ich ihn jetzt mal. Das ist ein USB-C. Das ist ein PD-Port. Power Delivery heißt das Ganze. Bedeutet im Umkehrschluss, dass wir hier eine Leistung von bis zu 90 Watt haben, die der Port mit ausgibt. Also hier geht das Videosignal zum Beispiel rüber in das iPad oder an den Monitor über HDMI und gleichzeitig wird das Tablet mit bis zu 90 Watt geladen. Je nachdem natürlich, was für ein Ladegerät hier angeschlossen ist. Und damit habt ihr eine Menge Möglichkeiten, eine Menge Anschlussmöglichkeiten und es sieht halt auch gut aus. Das macht sich natürlich hier auf einem Schreibtisch richtig, richtig gut. Wie eben angesprochen, haben wir auf der linken Seite die Uhrzeit mit einem Tag und auf der rechten Seite ein vollwertiges IPS-Display. Also auch von der Seite drauf gucken, die Schwarzwerte sind richtig knackig, richtig gut. Das macht halt ein IPS-Display definitiv aus. Es hat eine Abmessung von 2 Zoll und hat eine Auflösung von 320 x 240. Das ist natürlich jetzt nicht viel, aber aufgrund der Größe, werdet ihr gleich sehen, ist das völlig ausreichend. An der Seite habe ich ein Drehrädchen. Das kann ich zum einen drücken und zum anderen, wie bei einer Uhr, drehen für die Auswahl. Bestätigen kann ich hier mit dieser Taste. Und jetzt kann ich mich hier in dem Menü bewegen und verschiedenste Menüs aufrufen. Und da haben wir eine ganze Menge. Wir haben zum Beispiel Wetterinfos, was gerade gespielt wird. Dann könnt ihr die Dockingstation mit eurem Telefon verbinden. Wenn ihr dann über Spotify Leader oder sowas hört, seht ihr das hier auf dem Display. Währungsinfos, wie zum Beispiel Bitcoins und Co. oder Aktienkurse könnt ihr euch anzeigen lassen. Da das ganze Set natürlich eigenständiges WLAN hat, seid ihr nicht darauf angewiesen, beziehungsweise müsst ihr kein Smartphone oder sowas in der Nähe haben. Wenn ihr das Gerät startet, werden automatisch die zuletzt eingestellten Informationen hier angezeigt. Das finde ich richtig, richtig gut. Zeige ich euch aber gleich noch. Dann kann ich einen PC-Monitor anschließen. Das zeige ich euch mal ganz schnell. Dann sehe ich jetzt zum Beispiel die Auslastung des PCs. Das dauert jetzt eine Sekunde. Der Rechner hier hinter mir, der da jetzt steht, seht ihr gerade, hat eine CPU-Auslastung von 5%. Temperatur scheint der Mac nicht zu übertragen. Das könnte sein, dass es bei Windows-PCs anders sind. Aber ich habe hier leider noch keine Temperaturen gesehen. Oh, sie sind zu gering. Weiß ich nicht. Ihr seht hier den Speicher, den Arbeitsspeicher. Dann die Festplatte ist zu 82 voll, 82 Prozent voll. Und hier sehen wir das Netzwerk, Download, Speed und Co. Und hier auch nochmal eine Übersicht, wenn ihr das möchtet. Direkt, also die CPU und die GPU, also auch für den Nerd, für den schlägt hier das Herz höher. Es gibt auch tatsächlich die Möglichkeit des Screen-Monitorings. Das heißt, dass ich hier ein Bild drauflaufen lasse vom Rechner. Also das funktioniert auch. Ich persönlich habe es noch nicht eingestellt. Das habe ich nicht so einfach hinbekommen bei meinem Mac. Dann haben wir einen Kalender, eine To-Do-Liste, wo wir dann verschiedenste auch Programme hinterlegen können, wo ich dann die verschiedensten To-Dos auswählen kann. Wetter habt ihr ja eben auch schon einmal gesehen. Und wenn ich hier die Taste seitlich drücke, dann gehe ich eine Ebene zurück und kann jetzt zum Beispiel den Kalender auswählen. Ich meine, der Kalender ist ganz klar. Eben schon kurz angesprochen, das ist Now Playing. Dann seht ihr, was das Smartphone gerade wiedergibt. Und hier muss ich eingestehen, das ist ein Beta-Gerät, welches mir hier für diese Review zur Verfügung gestellt wurde. Das Gerät ist noch nicht im Handel erhältlich, ist ein Kickstarter-Projekt und ist natürlich hier und da noch ein bisschen buggy. Ich habe andere Videos gesehen, wo das tatsächlich funktioniert hat. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe es mit zwei Telefonen ausprobiert, mit einem Pixel-Phone und einem Xiaomi-Telefon. Aber irgendwie bekomme ich keine Bluetooth-Verbindung zu dieser Docking-Station hergestellt, sodass sie mir das leider nicht anzeigt. Da kommt bei mir immer eine Fehlermeldung. Try again. Und dann komme ich leider wieder gleich die Fehlermeldung, weil sich das Gerät leider nicht verbinden kann. Also eine Funktion, die bei mir hier definitiv noch nicht funktioniert hat. Aber wie gesagt, das Ganze ist natürlich auch ein Vorseriengerät. Das muss euch auch klar sein. Das Play Now hat bei mir, wie gesagt, nicht ganz so gut funktioniert. Was aber sehr gut funktioniert, das ist der Game-Emulator. Wir haben hier tatsächlich verschiedenste Spiele, die wir draufpacken können. Und es gibt dann einen entsprechenden Controller. Hier muss ich zwei Sekunden drücken. Dann verbindet er sich per Bluetooth mit der Docking-Station. Und dann kann ich auf dem kleinen 2-Zoll-Monitor Mario spielen und ähnliches. Ihr habt eine Datenbank, wo ihr viele Spiele runterladen könnt. Ich zeige euch hier mal so ein paar. Die könnt ihr dann einfach auf das Smartphone laden und mit dem Smartphone dann auf die Docking-Station übertragen. So sieht das Ganze dann aus. Ich habe dann die Spiele hier zur Auswahl. Einmal Tetris, einmal Mario Bros. Und mit der Start-Taste starte ich dann das Spiel und los geht's. Also ihr habt hier die Möglichkeit, eine Menge an NES-Spielen auf diesem kleinen Display zu spielen. Ich habe hier Kryptowährung. Dann können wir uns ja nochmal hier die Aktienkurse nochmal anschauen. Für den einen oder anderen interessant. Für mich definitiv nicht. Aber, denke ich mal, macht halt wirklich mehr her als, wie gesagt, so eine ganz normale 0815-Station, wo ihr eure Geräte dran anschließen müsst, um damit zum Beispiel auf der Arbeit vernünftig arbeiten zu können. Für die Einrichtungen sind Englischkenntnisse absolut von Vorteil. Mit einer IP-Adresse könnt ihr euch direkt auf diese Station aufwählen und verschiedenste Einstellungen, zum Beispiel Wetter, wo ihr euch genau befindet, dann hinterlegen, die Spiele draufspielen und Co. Also das ist alles relativ einfach gehalten. Der Hersteller gibt auf seiner Webseite an, dass auch in Kürze so nette Funktionen wie Social-Media-Tracker vorhanden sein wird. Ähnlich wie hier. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel Just-in-Time, meine Follower. Und das soll hier definitiv auch noch kommen. Wie gesagt, das ist ein Kickstarter. Noch gibt es das nicht. Ist aber angekündigt und ich glaube auch, dass das umgesetzt wird. Weil wir sehen ja jetzt hier schon, dass es hier auch echt schon eine Menge an Funktionen gibt, jetzt wo das Gerät demnächst rauskommt. Und unter Settings habe ich, wie angesprochen, auch die verschiedenen Möglichkeiten, hier das Display einzustellen. In einem Punkt auch die Helligkeit, wie das Ganze laufen soll. Ich habe es offenbar auf 90%. Ich habe einen Sleep-Mode, das heißt, dass die Station selbstständig ausgeht, morgens wieder automatisch angeht, damit es niemanden stört. Vielleicht auch als Nachttisch, keine Ahnung. Und dass wir, wie gesagt, hier die LED-Beleuchtung, die ist jetzt durchgehend, die sich leicht ändert. Wir können die einmal auf Pulsieren stellen. Die pulsiert jetzt wieder so einen Herzschlag, ändert dabei dann die Farben. Oder was ich richtig cool finde, ist Floating Like Water. Das heißt, es wandert jetzt um die Station herum. Ein bisschen unruhiger auf jeden Fall, aber ansonsten eine ganz coole Funktion. Oder wir können es natürlich auch ganz abschalten, wenn man das nicht mag. Das ist auch klar. Auf der Unterseite ist die Station gummiert. Das heißt, sie steht auch relativ gut auf dem Tisch. Sie ist nicht besonders schwer, das ist okay. Aber dadurch steht sie wirklich sehr gut auf dem Schreibtisch. Das muss man auch sagen. Dies soll meine Vorstellung der Wobot Minidock gewesen sein. Es gibt natürlich jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, wir können theoretisch erst ab 1. Mai im Kickstarter-Programm diese Dockingstation erwerben. Wann sie dann letztendlich ausgeliefert wird, das ist die große Frage. Vorteil ist der Preis momentan. Man munkelt, dass das ganze Set sich so unter 50 Dollar bewegen wird. 45, 50 Dollar. Und denke, das ist ein guter Kurs. Wenn man bedenkt, ich glaube, ich habe für diese hier 69 Euro bezahlt mit HDMI und Co. Finde ich, ist das doch für das Büro, für den Nerd an sich, so wie mich, ist das doch eine coole Geschichte, dass ich hier eine schöne Uhr habe und halt auch die Möglichkeiten, viele Geräte hier vernünftig anzuschließen und zu nutzen. Was haltet ihr von der Wobot Minidockingstation? Ich finde, es ist ein edles Accessoire auf dem Schreibtisch, was tatsächlich auch noch nützlich ist. Eure Meinung würde mich wirklich interessieren. Gerne in die Kommentare. Und wenn ihr da Fragen zu dieser Station habt, dann auch. Ich werde wie immer versuchen, jede Frage zu beantworten. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut. Ciao.